Hallo zusammen, Hey Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hochland fischen, dies einfach abzugeben bei Tavio, allerdings erst wenn ihr eine bestimmte Ruhmstufe erreicht habt. Ich hoffe ich zeige euch die passende Ruhmstufe und zwar hier könnt ihr nachschauen. Tuscar von Iscara und dann ab Stufe, jetzt bin ich zu weit, sechs Belohnungen für Ruhmstufe 6, Kopfbedeckung der Tuscar und Hochland fischen. Sobald ihr also Ruhmstufe 6 erreicht habt, müsst ihr diese NPC diese Quest für euch haben, Hochland fischen. Also einfach abzugeben bei Tavio im Azurblauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.